Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentary von mir. Dabei haben wir den Zane aka Tobi. Servus. Ja und wir werden jetzt ein bisschen suchen und zerstören und failen. Ah eben wieder Sound am machen. Hm komm auf nicht dom oder so. Ja beste Map oder Lockdown. Ah Leute kommt. Beste. Jetzt finden wir kein Spieler mehr, das finden wir natürlich gut. Ich spiele mit dem FPS-Unlocker, weil es sonst laggen würde. Ja reportet mich ruhig alle, ist mir scheißegal. Wir sehen nur MW3. Na aber MW3 machen wir wieder Bock auf jeden Fall. Ja mehr als Black Ops 2. Weil in Black Ops 2 hast du nicht so eine Konstanze. Das heißt in MW3 kannst du immer gut spielen. Immer 3er bis 4er KDs raushauen und... Da wollen wir jetzt aber mal von dir irgendwie was sehen. Oder eine Sniper-Mob. If you know what I mean. Gegen die Lappen. Na? Jo. Da, 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 da. Ah, ja. Boah, Claymore was tut. Wow. Oh, bei dir ist irgendwo einer. Echt? Glaube ich, weiß nicht. Hier war er. So, erstmal hier, so C4. Am Stisse. Da haben wir die beiden. Tag war es, war da FTV. Oh, heck. Mit FMJ9. Das ist der Tobi, DevSkiller und so. So eine Drone habe ich für dich. Das ist aber nett. Aufklärungsrunde online. So, auf Messer across the map erstmal hier raus. Oh, fast tot, Alter. Oh, die ist so viel. Oh, Mixer. Na, Headglitcher, scheiße. Ich hasse Headglitcher, Mann. Mal ist das okay, aber nicht immer. Oh, FMG Akimbo. Skill. Wir spielen gegen Loops, Mann. Lappen, Alter. Das macht mir echt schlimm, den zuzugucken. Oh, da ist der doch. Jawohl. Hat er ihn. Der Pro. Fingerfertigkeit, Overkill, Meisterschütze. Oh. Das dürfen wir jetzt eigentlich packen, also. Drei gegen zwei. Eigentlich müsste das. Aber guck mal, wie der kämpft hier, der Stan. Natürlich ein deutscher. Ja, Black hat einen. Der sick, bam, hier richtig. Arms brain. Ein richtiger Pro hier. Ich wusste, der dabei, bam. Rappen, über ihm. Über ihn? Hm, keine Ahnung. Oh Gott. Ja, vor allen Dingen, er hat einen Sniper, ne? Hm. Das ist sehr interessant. Ah, tragbares Radar. Der ist jetzt bei Arda. Du hast sogar auch das Trapp. Zweiderpunkte mit zwei Käse, das hast du gemacht. Ähm, Bombe gepläntet. Ach so, ja, wann? Ähm. Erste Runde, wann sonst? Nein, ich bin mitbekommen. Der holt es noch alle hier. Der Zeiss, oder wer heißt? Dann wird das Video wenigstens länger. Das ist der mit der MK Viertel, als ob der was reißt. Hm. Ich hab den doch gehört, der ist hinter dem. Das sind seine Schritte. Ne, der spielt mit Totenschüle. Ich höre seine Schritte trotzdem. Heck. Der muss doch blenden, oder? Ja, normal muss der blenden, aber der ist zu dumm dafür. Ich glaub, das ist nicht so spannend, zuzuschauen hier jetzt. Ja, gleich wird's ein bisschen actionvoller. Könnte ja ein bisschen vorspunen, oder so. Oh, ist der dumm, der klassische Spieler. Lappen. Dann noch verrecken. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der Zeiss hat uns alle fünf geholt. Naja, einen halt nicht, aber fünf Leute. Ja. War ein klassischer Klatsch. Ne, der hatte am Anfang schon Kills. Oh, keine Ahnung. Ist so Starway. Ach, das ist der mit der FMG. Das hat sich geklärt. Ich hab Drohne. Warum? So. Ja, ja, genau. Er hat recht. Da muss den gold. Headglitcher down. Ah, nicht headglitch, sondern... Dener muss auch noch gold. Da liegt ne Claymore. Da muss auch noch gold. Einer lebt noch, ne? Oh, wir haben Drohne, der ist hier. Ja, nice. Der muss auch noch gold. 7,1 GG. Ich kann ja schon Videos über 15 Minuten hochladen. Vielleicht führt das etwas länger, das Commentary. So, sehr schönes Elm. Ich guck mal, welche Map danach kommt. Vielleicht könnt ihr euch auf zwei Videos freuen. Ah, zwei. Äh, hier so. Ja, wenn jetzt oben kommt, dann passt das ja. So Drohne. Oder Mission oder sowas. Nice. Die Drohne haben wir ne Drohne. Sehr gut. Oben. Boah, ich mich jetzt erschrocken, Mann. Boah, die verkackt. Scheiße, ne? Richtig verkackt. Zwei sind oben. Zwei. Jo. Also nicht da oben, sondern das andere Ding. Links, da war es nicht hier beim Sniper Squad. Oh mein Gott. Das gibt es nicht, ne? Das ist so eine richtige Soundtoure, ne? Ja, er hat mit Lagebrich gespielt. Das sind echt die Overprose von heute. Alle MP7 von uns hier. Alle MP7 von uns hier? Oh Gott, wie er da kämmt. Loll. Sick. Und sick. Die gehören zusammen. Ja. Wir spielen gegeneinander. Hm, mal gucken. Ich glaub, der holt den aber weg. Letztes hat 9-2 nicht schlecht. Hm. Ey, der ist der. War der da nicht? Ne, die jetzt sind. Oder? Keine Ahnung. Ne, das waren die nicht. Oh, guck mal, wie dumm die sind. Die laufen zusammen. Ja. Lief die Fände müssen. Jetzt, also. Er steckt es nicht. Doch. Oh, ich wette das da unten. Oder? Hat der an, oder was? Man konnte auf jeden Fall nicht hören. bereit machen. Ne. Na, ich weiß nicht. Woher sollte er denn wissen, dass er da ist? Na. Luck. Anfängerglück. Anfängerglück. Der hat 13-2 oder so, oder? Ne, 11-2. Nach zwei Runden. Könnte für ihn eine ganz gute Runde werden. Oben ist einer, höre ich. Ja, Sniper mit FNG9, Mann. Oh, Mann, Gott, Alter. Und er spielt ruhige Hand. Ey, ich glaube... Ich weiß nicht, warum der Zeit solches jetzt hat. Ey, das gibt es nicht. Ja, ey, komm. Oh, FNG Akimur hier am Start von BAM. Ey, das ist einfach nur so ein No-Skill, ne? Gegen ruhige Hand habe ich ja nichts, aber... Jetzt verlieren wir das auch noch, oder? Ne. Schlecht der ist und dann noch mit der FNG von hinten. Oh, mein Gott, hat der Glück, ey. Na, das tut er auch. Zwei gegen zwei. Da ist er doch, da ist er doch. Was macht er? Oh Gott, hast du Alters Kamufel gesehen da? Ne, ich habe gerade BAM zugeguckt. Zum Glück, ey. Jetzt hätte es jetzt Augenkrebs. Was für die Scheiße gemacht hat, ey. Wir haben wieder in Richtung... Oh, oh, oh. Wieder Alters mit Deutsch hier drin. Der hat 1-4, das dürfte jetzt... Dafür haut er die UAV ins Haus. Naja, dann... Ey, er schießt in die Luft, ja? Ey, komm, ey, wenn der den jetzt nicht holt, ne? Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Der holt den nicht. Fehlt Marker. Oh Gott, jetzt die FMG, jetzt kann er gar nicht mehr verkacken. Warum? Er bleibt noch nice. Das verstehe ich sowieso nicht. Der holt die FMG raus, ne? Geht in Narkaf und holt die ACR wieder raus. Also sag, verstehe ich nicht, wo der Sinn ist. Made my day. Also, wer wird das jetzt noch verlieren? Ey, komm, jetzt mal ein bisschen. Der eine hält, Mensch, da musst du aufpassen, wenn du geradeaus durchwaschen willst. Geh nicht rechts. Ja. Ja. Oh Gott, Alter. Der kämpft schon wieder oben. Schlimm, schlimm. Oben, sagtest du? Ja, da kämpft der Zeiss auch. Ja. Oh, oh, oh. Meist C4. Ungeschön, der zieht ein Fell. Hinter dir kommt irgendwo einer. Hm. Der kommt hoch. Alles. Bombe liegt bei mir. Na, Zeiss ist da noch von dem. Musst du aufpassen, der ist gut. Ah, ey. Schade. Na, das war aber eine schlechte Runde. Ja, egal. Da konnte ich nichts machen. Ne, konntest du auch nicht. Ich meine ja nicht, dass du jetzt daran schuld bist oder so, aber... Allgemein. Ja, haben sie sich, glaube ich, abgesprochen. Ah, ne, sind nicht in einem Clan. Naja, der heißt C mit G und einmal mit CK heißt. Ja. Hm. Würde ich sagen, noch eine Runde. Wir aufschauen mal, was für eine Map kommt. Hm, Bootleg. Ne, Seatown ist ganz nett. Seatown dauert aber ganz schön lange, oder nicht? Ne. Ach, und wenn, dann lade ich halt 20 Minuten hoch oder so. Lade ich über die Nacht durch. Alles nur Deutsche, ja? Ja, ich glaube schon. Aber war eine schwache Runde. Er geht auf jeden Fall mehr. Hm. Geht auf jeden Fall mehr. Und vor allen Dingen auf Seatown. Einer meiner Lieblingsmaps sozusagen. Ah, dann zocken wir jetzt aber auch mal eine andere Waffe. Ich denke mal, wir werden jetzt mal die PM9 spielen. Einfach nur, weil wir es können. Die PM9, ich glaube, ich zocke ein bisschen Sniper oder so. Mal sehen. Ne, ich zocke UMP mit Extrembedingungen. Attentäter. Totenstelle. Und Perks sind Sturm. 3, 5, 7. Dann noch mit... Ja, soll ich Claymore nehmen? Nee. Nee, oder? Ja, doch, ich nehme Wurfmesser. Wenn das so wie ein MB2 wäre, dass du es nachfüllen kannst mit Blühendacher, würde ich die Claymore immer mit dabei nehmen, ey. Das war so dreckig, ne? Du hast deine Claymore gepackt, deine Claymore gepackt. Oder ein Black Ops mit den Claymores immer an der Bombe. No. Da hat man die nie gesehen, ey. Und jetzt in Black Ops 2 gibt es ja die Bouncing Bettys. Die sind noch unfair. Die sind gar nicht überpowered. Nein, überhaupt nicht. Die haben nur eine Range von 10.000 Metern. So wie es dir jetzt sagen, alle noch. Black Ops 2 ist gut, aber jetzt flamen ja schon die einige hier. Flamen ist da. Ich habe Black Ops 2. Ich finde das Spiel okay, aber es ist nichts auf die Dauer. Weil man muss sich konzentrieren, wenn man das spielt. Ich fand sowieso immer die Black Ops-Teile fand ich immer nicht so lang. Spielspaß hatte man da so, als den Border Warfare. Okay, da kämpft. Headshot. Oh, fuck. Bombe ist bei mir. Der kämpft ganz schön, ey. Der Zeiss. Du musst da aufpassen. Hinten im Haus war Zeiss eben. Da hinten. Warum legt das denn gerade bei mir so? Ich weiß es nicht. Hm, zwei leben noch. So heißt der Camper lebt noch. Ja, der ist immer noch da. Oh mein Gott. Ja, der zieht dich eh. Clem, oh, pass auf. Clem, oh, ne? Da. 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 Wo ist der denn? Der 0 fängt schon mal gut an für dich. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Hm, wir müssen ähnlich planen. Hm, wir müssen das. H2-0. Keine Ahnung. Ich überleg' gerade auch. Alter. Ihr steht halt gerade scheiße, ne? Ja, ich warte erstmal ein bisschen. Warte, ja. Ja, keine Ahnung, wie er heißt. Der Campte am Haus. Gar kein Bombenplatz ist. Hättest du das jetzt getroffen? Oh, war klar. Oh mein Gott, wo brennt der denn denn? Ja, Klatsch. Der View ist noch und dann perfekt. Perfekte Runde, 5-0. Ja, war ein Klatsch, oder? Sag mal. Ja, Mann. So fängt's gut an. Ja, aber du kennst das auch. Fängt gut an und dann endet das Scheiße. Ja, ich hab gleich Hailey. Oh, ich weiß nicht. Jetzt auch mal mit der OMP durch. Irgendwie ich finden müssen, aber es ist ja Wayne. Ich hab erstmal Quo. Oh Gott, Enemy Wave. Fuck. Da haben wir doch die ersten zwei. Na, ich hätte ein Double Kill machen können, aber ich hab darauf spekuliert. Oh, er macht den Double mit C4. Oh mein Gott. Oh, er campt da oben mit FMG, Akimbo. Lol. Das heißt, er ist so ein Bastard, sag ich dir. Oh mein Gott. Nur mit FMG spielt der Zeiss. Er wird eine schlechte Hunde wieder für mich. Ja, toll. Guck dir das an. Einer hinten beim Brunnen. Zeiss doch mit Einsatzschild und FMG, Akimbo. Gib damit ein. Aber mir nicht. Sauber. 6-0. Ja, ich hab ein bisschen... Jetzt ein bisschen besser gespielt. Also ein bisschen safer. Der Flawless machen. Ja, 6-0. Reaper, bist du Deutscher? Oh Gott, was will er denn jetzt von dir? Musst du schreiben, 30.000 Abos. Wir haben doch da den Ersten. Das ist ja schon mal gut. Da den Zweiten. Und da bin ich wieder tot. Nice. Das macht dir doch ein bisschen Werbung. Ja, normal, ne? Komm, man, hier lebt. 3 ist ja nicht das Gelbe vom Ei, sag ich mal. Er schreibt Hass, mein Zap. Aber er lügt ein bisschen wahrscheinlich. Muss mal gucken nachher. Musst du jetzt in jeder Lobby sagen. Ey, komm, Heinz, mach mal was. Der ist halt nur noch einer, ne? Ja, voll. Der Zeiss ist gewaged, bittet. Das ist schon mal gut. Da. Lol, ich war mal unschlüssig. Ich hab' gedacht, dass er einfach so rumrennt. Ich hab' gedacht, der Camping. Ne, ich hab' den da Gott, äh, und sein gesehen. Jetzt achte mal, wie ich gefällt, hab' Ha, ha. Ich hab' sie eben auf Quickscope noch ein bisschen gefällt, ne? Gleich wieder Drohne am Start. 5-3, ich scheiß jetzt. Na, so, okay, da hat es gerade eine gute Runde. Die war auch nicht gut so. Ey, komm, wenn das. Wo willst du ihm Freund sein? Ja, da wieder tot, das ist unglaublich. Ich mach' immer nur 1 Kill und dann verkackt. Hat der MSR-Type an, oder ist der einfach nur gut? Ah, ne, war ein Colette-Bail, okay. Er schreibt Colette in den Chef. Oh, fuck. Im Haus. Der ist gut, ne? Ja, der ist gut. Der kann auch gut snipen. Also im Haus ist nur einer. Leider nicht flawless. Naja. Zu viele Deutsche. Deutsch. Hat der MSR, der hat doch wirklich an, oder? Ne, der ist gut. Oder doch? Guck mal, der hat 5-0, diese Runde. Der MSR. Hinter ihnen. Die kommen ja nicht so. Ich hab' keine Ahnung. Der hat Warleg angeblich. Und das sagt einer von seinem Team. Mhm. Und noch nicht mal quickscopen kann er, ne? Das ist schon armselig. Da müssen wir mal drauf achten noch. Naja, egal. Aber von mir aus... Mich alle sieht sind alle schwül. Von mir aus könnt ihr mich auch ins Team adden. Schreibt dann einfach in die Kommentare. Oh mein Gott, der MSR hat Warleg. Hundertprozentig Aim-Bot. Wo ist der? Aim-Bot ohne Mist, aber der zieht dich auf den Kopf. Ohne zu flamen. Zieh dir das rein. Ja. MSR hat sowas von an. Oh mein Gott. So lächerlich. Ich weiß, da hat man eine gute Runde und durch so einen Hacker verreckt man. Hättest du noch Flawless gehabt. Ja, 12. Schau dir das an, wenn du verreckst jetzt gleich. War tausendprozentig. Ich hab' viele Steps. Und der wusste es, ey. Guck mal. Bei dem weiß ich nicht, aber MSR hat hundertprozentig Warleg. Ey, das wär so ne gute Runde gewesen. Das wär so 12-0 gewesen oder so. Ja, der auch. Oder? Ne, der glaub ich nicht. Er kann... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat dieser MSR... Der kann doch nicht mal Quickscopen, Mann. Das ist das Peinliche. Also jetzt warfmesser across the map. Ja, ich auch. Jetzt treffen wir beide. Also auf vier ist der Hacker immer. Oh, da liegt ja schon wieder sein Feed. Oh mein Gott, ey. 6 zu 6. Oh Mann, ey. Guckst du den Hacker an? Ne, er hackt nicht. Natürlich. Ich denke nicht, dass er hackt. Dein Ernst, hast du dir die Kick-Hack angeguckt? Jaja, zweimal nicht getroffen. Doch nicht. Der war aber eben richtig komisch, irgendwie. Deswegen dachte ich. Eine Runde MP7 jetzt. Oh, muss leider. Ich glaube nicht, dass er normal ist, MSR. Also Wallhack vielleicht, aber dann ist das Ames. Ich denke nicht alle, dass der Wallhack haben soll von deren Team und so weiter. Aber ihr flämmert schon wieder ein bisschen zu viel oder ich. Naja, aber kann auch sein, dass er hackt. Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass er hackt. Hier, Portable. Oh, vollstun. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Oh. Ich glaube, was ist der Zweiten? Oh, da wollen wir gekehlt vom Hacker. Nice. Oh. Mal gucken einfach. Äh, nee. Dann war's das jetzt erstmal. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und dann haut da rein. Ja, haut rein. Abonniert ihn. Und dich. Ich verlinke deinen Channel.